Hallo zusammen, herzlich willkommen zu Cross of the Dutchman. Ein Spiel von Triangle Studios. Thank you for the key, guys. Vielen Dank an die Entwickler, dass ich hier den Key zur Verfügung gestellt bekommen habe, um euch das ein bisschen näher zu bringen. Cross of the Dutchman basiert laut meinen Informationen auf einer wahren Begebenheit. Ein Bauer wird zum Krieger aus den Umständen, die wir bald im Spiel sehen werden. Ja, mehr will ich gar nicht verraten. Auf Steam gibt es das Ganze gerade im Angebot für 7,49 Euro oder so. Oder 7,50 Euro, also irgendwas unter 10 Euro. Echt fairer Preis. Ist kein Earl XS, ist zumindest nicht als das deklariert. Es ist die Version 1.0.0. Es soll auch noch eine deutsche Übersetzung geben. Es hat nämlich viele Sprachen drin, unter anderem auch Niederländisch und so weiter. Also, ja, ne? Dutchman, ne? Ja, also. Wir gehen auf Continue. Nein, wir gehen auf New Game. Ich habe mich eben mal ausprobiert wegen Ton. Ja, nehmen wir ein neues Spiel. Bin mal gespannt. Das Intro ist ein bisschen, ja, einfach gehalten, nennen wir es mal so. Also, gerade mal mit Text und ein paar Bildern. Äh, sind auch sehr schön gezeichnet Bilder. Ich nehme das Ganze übrigens diesmal zum ersten Mal mit 60 Frames auf. Ähm, ich will das einfach mal ausprobieren. Da brauche ich euch euer Feedback auch in den Kommentaren. Mal schauen. Das Land ist im 16. Jahrhundert, also im Krieg. Und die Donja-Familie will nur in Frieden leben. Da sind wir schon. Mit Frau, Tochter auf der Schulter und einem Sohn. Und wir sind einfache Bauern. Die, wie gesagt, einfach nur in Ruhe leben wollen. Aber das Land ist im Krieg. So. Die Arbeit im Feld ist verrichtet. Ich habe ganz schön Hunger. Jetzt hoffen wir, dass die liebe Rins was, äh, gekocht hat, ne? Was Anständiges. Na, mein Lieber. Ja, das Feld ist vorbereitet für die nächste Saison. Alles kann wachsen und gedeihen. Ich habe mir den Arsch abgearbeitet. Ja. Alles gut. Ja, du warst ein bisschen beschäftigt heute. Du hast das Essen noch nicht fertig. Mann, Mann, Mann. Kann ich denn was tun? Ja, wir haben keinen Fisch, kein Fleisch. Kannst du zum Markt gehen und ein bisschen unser Gemüse handeln? Kannst du nicht als ihr Kinder schicken? Ich bin doch Bauer und ich handel doch nur selten. Die Minimap. Alles klar. What? What are you talking about? Nein, eine Minimap halt. Ja, wenn die Sonne untergeht, bin ich wieder zu Hause. Mutti hat das schon immer gesagt und das werden wir auch in der Ehe weiterführen. Gemüse sammeln. Interact. Einmal Gemüse. Da ist zu. Auf der Minimap wird es ja ganz gut angezeigt. Da sagt er natürlich zu Recht, was meinst du, Frau? Minimap? What? Hallo, Tochter. Äh, Sohn. Entschuldigung. Bekerlof. Äh, Hühner? Ne, habe ich noch nicht gesehen. Wie viele sind es denn gewesen? Sieben. Sehr gut, kann schon zählen. Hallo, Tochter. Ich tue nur das Gemüse. Ich muss auf den Markt. Verstehst du? Was geht? Can we play it on the other side of the farm? Okay. Also, das ist Wilk, oder? Ne, das ist Gerlof. Das ist ein Wilk. Achso, ein Nachbar, oder was? Hat die verschiedenen Stecken. Die Spieleverstecken. Gut. Alles klar. Noch einmal Gemüse. Dann geht's ab zum Markt. Wir brauchen Fisch und Fleisch fürs Abendbrot. Und zurück zu Rinse. Rinse? Ich weiß gar nicht. So, hier hast du das Gemüse. Die Karotten. Aha. Genau, willst du mich verarschen? Karotten? Geh jetzt. Hol die Karotten. Ja, ist verheiratet. Merkt man. Hallo, hallo, Kühe. Was? Okay, was solltet... Achso, die sind nicht uns. Verstehe. Den kommen wir noch nicht ran. Da, rechts oben. Karotten. Yay. Okay, dann Karotten eingesammelt. Und zurück zur... Geld oder Leben. Aha. Was zum Teufel. Was macht ihr vor dem Grundstück? Alter, Maul. Gib mir dein Geld. Belast meine Farben. Oder ich mach kurz einen Prozess mit euch. Ja, Challenge, ne? Äh, angreifen? Aha. Oh. Okay. In your face. Man, 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 die Kerle haben Nerven, mich im Schwert anzugreifen. Ein Kopf größer. Fäuste aus Stahl. Au, ist das hier Lager? Essen, essen, essen. Kann ich nicht nehmen? Da. Ja, die ziehen rum und beklauen armen Bauernsleute. Dafür schlage ich eure Fässer. So. Wieder zurück zu Rince. Oh, da geht's nicht lang. Hey, Rince. Ich bin überfallen worden, Frau. Nein, vielleicht bin ich nicht. Ich bin, okay, ich hab doch Fäuste. So groß wie Bratpfannen. Okay, die sechsten Soldaten, die gehen praktisch zu jedem und, ne? Na, wir müssen auf uns aufpassen, ne? Also, ein bisschen was von dem Familienvermögen, äh, holen, damit wir zahlen können, falls wir in Ärger geraten. Pff, wir haben Fäuste, Frau. Familienvermögen, nix. Da oben. Ah, jetzt ist sie offen. Okay. Das Familiensilber. Ah. Rince. So. Ich bin bald zurück. Schneller, als du denkst. Die World Map. Wenn man es auf starten... Ah, okay. Verstehe. Weck, Tasse. Rince, schiebst du mich? Hallo? Rince? Rince! Geh aus dem Weg. Okay. Okay. Ah, okay. Das sind praktisch so die Punkte. Ah, da. At the crossroads. Alles klar. Bis später, Rince. Da wollen sie noch Kisten. Oh, ne. Ich habe gerade eine Errungenschaft bekommen. You know, Lord Barrels. Ich mag keine Fässer. Ah, Flug. Geh beiseite. Hey. Wie bist du? Wilk. Good day, Pia. Hello, Wilk. Okay. Okay, der hat sich praktisch ferngehalten von den beiden Typen. Ja. Ich passe auf. Alles klar. Mein Problem. Ach, besser. Jetzt haben wir mal ordentlich Kohle. Wackebein. Kann ich nicht mehr nehmen, was? Ne. So. Weiter geht's. Die Crossroads. Hallo, Frau. Lässt sich ansprechen. Babys. Was? Kommt hier nicht vorbei. Tag. Wieso sollte ich ihn attackieren? Ah, zum Fischer. Gemüse handeln. Good afternoon. Ich würde gerne ein bisschen Gemüse handeln. Etwas gegen... Ich hätte gerne Fisch davon. Äh, von dir. Ja, mir. Ne, du weißt schon, was ich meine. Okay, nur gegen Geld? Wieso nur gegen Geld? Stimmt nicht was? Beim Gemüse. Ich habe die doch selber angeflogen. Sie sind super. Okay. Die Steuern sind erhöht worden. Die Soldaten sind aber auch überall Schweine. Ja, verstehe. Also. Ich hole dir den Fisch zurück von den Soldaten. Das lassen wir uns nicht gefallen. Findet die Soldaten nach links. Waffen. Konz-Oni. Das ist irgendwie hier Standard, ne? Wahrscheinlich haben sie alle die Steuern erhöht bekommen. Da ist Fisch drin. Kann ich auch fischen gehen, oder? Oh, oh. Ich soll zahlen, um da durchzukommen? Was? Was seid ihr für Menschen? Oh. Die wollen Nergat. Nein. Nein. Der schlägt nicht durchweg durch. Als hätte man so einen Ausdauerbalken. Na, äh. Falsche Richtung. Schattenboxer hier. Hast du ausgenockt. So. Schnell Fisch holen. Aber erst mal Fässer zerschlagen. Da. Ui. Fünf. Mir egal. Aufs Maul. Ja, ja. Ich verschwinde. Ich will nur einen Fisch mitnehmen. Oh. Die haben mich rausgeworfen. Fünf. Mir doch egal. Gibt das Maul jetzt hier? Oh, ich habe ihn getroffen. Wie geil. Er stand ein bisschen nah anscheinend. Na, da komme ich aber nicht ran. So, wir müssen den Fischer nach Hilfe fragen. Hey, Fischer. Nee, ich habe ihn nicht bekommen. Dein Fisch tut mir leid. Okay. Das war auf der Gart. Das ist der Schmied. Den soll man finden. Ja. Haben alles versperrt. Okay. Nach Kimsward. Ja, nach Kimsward. Ich heiß. So. Immer der Nase nach. Deswegen haben wir die Minimap. Ab nach Kimsward. Den Schmied finden. Haben wir noch Kisten? Die habe ich übersehen. Der Weg nach Kimsward. So. Den Schmied finden. Hi. Da geht es nicht lang. Aber ein paar Kisten zum Zerschlagen. Ich wüsste... Wer bist denn du? Bist du das? Oh, der Billager. Was? Ich klang her, dass er vorbeigekommen ist. Wer bist denn du? Okay. Ist auch ein... Ein Wohner. Gibt es denn hier? Oh, eine Kiste. Die nehmen wir natürlich mit. Wunderbar. Bist du da? Schmied? Ne. Er hat einen Farm entlang der Straße. Okay. Ah, hier. Bist du der Schmied? Noch weiter Richtung Osten. Okay. Du bist wahrscheinlich auch noch... Ja, ich habe es mir gedacht. Eine Kiste. Das ist ja mehr Süden, ne? Oh, der Schmied. Ist aber mehr Süden jetzt gewesen. Ah. Der sieht aber auch... Äh, ordentlich aus, ne? Sieht so aus, als könnte er... Mit seinen bloßen Fäusten schmieden. Hallo, Schmied. Ja, wir müssen dir eine Lektion erteilen. Komm, du bist doppelt so groß wie ich. Ja, natürlich helfe ich dir. Jetzt komm, hilf uns. Äh, Entschuldigung. Das habe ich mir so weit schnell weggelegt. Das konnte ich überhaupt nicht lesen. Das war natürlich sein Dialog. Und der Schmied soll uns helfen. Was? 100 Gold willst du für mir? Für ein Rad. Wie die Soldaten schlagen? Ich weiß, wie man die schlägt. Mit der bloßen Faust. Okay. Okay. Ich soll auf den Stamina-Balken achten. Genau, Minibar, Stamina-Balken. Dreh doch alle durch. Die Fässer. Der Speicher noch. Ah, Special Attack. Okay. Hat mal einen harten Schlag. Der normale Schläge und... Und dafür ist der Stamina-Balken. Bei den normalen Schlägen verbrauche ich keine Stamina. Jetzt am Schmied ausprobieren. Uppercut. Uppercut. Ja. Okay. Alles klar. Auch wenn ich neue Sachen gelernt habe, kann ich die alten nicht verwenden. Oh, das sind noch Fische. Will ich mitnehmen? Ne. Okay. Wir gehen zurück. Jetzt gibt es auch's Maul. Weil es sich mal kämpft. Platz da. Da war noch eine Kiste Minias. Aber jetzt nehme ich die mit, die ich eben übersehen habe. Bin ich hier durch? Mh, nein. Oh, hier komme ich durch. Was ist hier? Was war das? Ob ich Tau ist im Berg oder wie? Ah, mit Fischer wieder reden. Ich weiß nicht. Ich bezahle den Fischer nicht. Aber ich bezahle den anderen, der mir beibringt, dass ich während des Kampfes atmen kann. Und somit hier den Superschlag kriege. Können wir jetzt hier, können wir den jetzt handeln? Nur gegen Geld. Klingt nicht logisch. Da, Jungs. Oh, hier Obelix. Voll aus den Latschen geschlagen. Ah, da kriege ich gleich zwei mit. Das ist ja super. Da muss ich ein bisschen warten, bis es aufgeladen ist. Und dann... So, jetzt aber. Oh, da kommen jetzt wieder fünf Millionen. Und ein ganzes Heer, obwohl ich keines in den Uppercut hatte. Der AOE-Schlag. Hey, Junge, ich habe da einen Fisch. So, wir haben Fisch als Belohnung bekommen. Ja, ihr Lieben. Da haben wir doch den Fisch als Belohnung bekommen. Wir haben den Fisch als Belohnung bekommen. Und wir müssen zurück zu unserer Frau. Wir haben jetzt endlich Fisch. Die kann nicht Abendbrot machen. Wir haben zu campen gelernt. Und ein schöner Ersteindruck hier von Cross of the Dutchman. Cross of the Dutchman. Habe ich das richtig gesagt? Nein. Cross of the Dutchman. Natürlich Cross of the Dutchman. Cross of the Dutchman. Richtig. Nochmal schnell nachgeguckt. Ja. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wenn es euch gefallen hat, dann schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Auch das Feedback bezüglich der 60 Frames, ob ich das öfters machen soll. Ich weiß gar nicht, ob ich das bei allen Spielen machen kann. Ob das mein Rechner mitmacht. Aber sollte eigentlich möglich sein. So. Wenn es euch gefallen hat, dann schaltet auch zur nächsten Folge ein von Cross of the Dutchman. Denn ich denke, ich werde noch so ein Ründchen spielen. Und dann schaue ich mal, wie euer Feedback so ankommt. Beziehungsweise wie das so bei euch ankommt. Also. Bis dahin. Bis zur nächsten Folge von Cross of the Dutchman. Tschüss.